hallo und willkommen zurück zu beneath the mountain wir machen direkt weiter und versuchen uns hier zu dem gold durchzugraben und hier dass man weiterkommen wenn wir den unternehmen haben wir den nächsten spinnen ich könnte auch gleich die tragetasche würde ich definitiv gern mitnehmen das jetzt sind die spiele naja tja meine lieben das geht sich einfach hier nicht aus dann lasst ihn stehen und macht es mal den weg was zur arbeit habt so sie kommen sie kommen gleich so Linienformation jetzt kommen sie von unten eine Welle das muss ziemlich vorne sein und ich habe keine einzige Falle hier montiert tja das müssen sie mir abfangen ja 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Jeder Speer macht 40 Damage. Wenn ich den natürlich hier her setze, wäre das optimal. Weil der schießt dann schön nach vorn. Die Stelle gefällt mir gut und die greifen die Steine auch nicht an, aber meine Strukturen glaube ich schon, da würden sie sich vielleicht durch die Mauer zuerst durchkämpfen. A long beard. Auf Tunnel Fight. Nehmen wir sich mal ein und einen Miner wollte ich auch haben. Okay. Ich starte noch. Hm. Hm. Ja. 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 den auch dazu minus 5 ok da freue ich mich nicht wenn es heißt darunter ich kann da gar nicht heraus habe ich das dor so doof gesetzt das ist aber eigenartig oder was anderes das ist ja doof ist hier vielleicht die mine dabei das hat die halle verstehe ich nicht das ist mir jetzt nicht ganz klar wo du mich da ist doch nicht durchkommen ist mir auch nicht klar das ist ja mal komisch habe ich mir nicht so ein long beard geleistet iron guard der mensch 22 der mensch 30 der mensch 25 350 250 gold 200 gold ich habe mir doch so ein schon gebaut also rekrutiert dachte ich und bildet er mir denn nicht aus die kohle hat er genommen aber den kämpfer bekomme ich nicht ich bin ein ach gott ein schwerer fehler ein schwerer fehler das kann ich aber wirklich machen denn ich brauche ein haus aber keine kapazität mehr das teile möchte ich umbauen ich bin ein hauset 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 Warum kann ich da jetzt das Tor nicht ersetzen, wie doof ist denn das, das Teil kann nicht durch ein Tor durchfahren, ok, das hätte ich jetzt nicht gedacht, hm, das heißt ich muss mir das da irgendwie anders überlegen, hm, 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 ja, der kostet ein Maulstuk 25 Euro, ja, der kostet ein Maulstuk 25 Euro, ja, der kostet 20 und da bekomme ich gerade mal 19 raus, wenn ich das hier weg machen würde, das zahlt sich da voll nicht aus, aber ich kann jetzt das in Pfeilen investieren. Die kostet noch 75 Euro, sind aber glaube ich sehr effizient, weil die dauernd lang, die gehen weit. Das ist ja gut. 's. 네. Hm? so das haus ist fertig die nächste welle kommt bestimmt so bauer bauert meine zwerge bauert bloops so maximale goldreserve brauche noch keine hier haben das meinen camp das meinen camp hier draußen her setzen könnte kann ich aber nicht wieso interessant interessant ich mache das teil hier mal fertig also falsche richtung jetzt können die hier mal in die eine runde fahren so die können wir jetzt auch mal verbinden dann halte punkt setze ich vielleicht hier ja da kann ich es besser sehen genau das ist ja in den den enden komme ich ja gar nicht mehr ran ich weiß dass der einen davor geht aber ich komme nicht heran da egal warum gehst du nichts essen das gefällt mir ja 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 , ja 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 So, mehr Fallen, mehr Fallen. Da werden sie ein bisschen aufgehalten. So, ich könnte mir da eine zweite, wer macht denn das? Die hier, in der Werkstatt, aber in der Library habe ich auch noch keine. Jetzt kommt die Kohle viel schneller bei mir an. Aber jetzt baust man ein, oder? Ja, jetzt brauche ich da mal rekrutieren, meine ich, rekrutieren. Okay. 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 Tja, wo willst du denn den hinstellen? Na gut, dann müssen wir sich denn auch eine Farm inbauen. Das ist aber nicht euer Ernst, oder? Jetzt geht es aber nicht darum, da jetzt. Ja, oh yeah. Hau rein, Baby. Hau rein, Baby. Hau rein, Baby. Hau rein, Baby. Ja. Ja, ich bin jetzt. Hau rein. Ja, ich bin jetzt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ui, der Sieg war wichtig Der Sieg war wichtig Die ganzen Einheiten, die sich darauf gehen ja meine habe ich verloren oder da über Das war's. Das war's für heute. So, sollten die hier auch einsteigen? Die drei wegnehmen und drei Mauern aufstellen, zahlt sich definitiv aus. Dann mache ich gleich Vieh und dann ist da eine Engstelle. Dann fahren die da jetzt hin und nicht von da, da her. Ja. Dann. 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 Hmm. Entfernen funktioniert auch sehr nice. So. Jetzt funktioniert. Die fahren jetzt da her oder da her zum Abladen. Sollte er so zurückfahren. Der fährt so runter, der fährt so rauf. Jetzt weiß ich nicht mehr ob die Schienen noch da sind. Jetzt sind die meiner mal definitiv schnell unterwegs. Jetzt muss ich halt nur schauen, wo die jetzt kommen. Warum hier unten? Um. 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 So viel wie es macht. Diesmal sind es Goblins. Weg von der Falle, weg von der Falle. So, das können wir jetzt mal handeln. Dann sage ich, wir machen mal hier weg. Dann kommen wir da durch. Den nächsten Bereich. So. 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 Die haben sich wieder mal satt gefuttert. So. 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 Sie kommen. Im Norden, die Horden der Untoten. Ein Mann ist ja schnell. Wo will der hin? Tötet ihn, tötet ihn Es sind viele Untote Sehr nice, wieder ein neues Aureaub Nein, ich will ihn da draußen haben So, dann ziehen wir aber das jetzt mal ein Stückchen weiter Hier, Endposition Und zwar gleich bis hierher Da machen wir aber eine Schnittstelle Dass die hier auch einladen können Ich finde das nice, das System Wirklich Sehr, sehr nice Mein Militär Jetzt haben wir 700 Gold Die Farm ist in Betrieb Dann könnten wir einmal Explosiv-Ports So, mal wieder perken Ja, schenkt mir Leute Ja, die nehme ich auch mit Once a building of a curtain type has been built Building of that same type of construction Okay Das wird passen, weil ich wollte ja Der, was die Punkte hier generiert noch bauen Aber ja, meine Lieben Das war noch viel mehr In der nächsten Folge Alles Liebe Dankeschön fürs Zuschauen Und bleibt gesund Euer Altron Pa, Pa, Pa